Und ihr wollt hier noch ein bisschen bleiben und ihr wollt euch vielleicht auch noch ein bisschen mit jemandem unterhalten, der vielleicht eine kuschelige Decke hat. Ich will gerne noch beten, weil es einfach unser Herz überfließt, wenn wir so viel Gutes miteinander teilen können. Allmächtiger Gott, wir preisen dich wirklich und wir sind dir so dankbar, dass wir diesen Abend so erleben durften. Wir sind dir so dankbar für alles, was du hier zusammengebracht hast, an guten Gedanken, an Liebe. Alles, was du uns aufs Herz gelegt hast, füreinander und schenke, dass dieser Abend auch weiterhin so sein darf, dass wir einander ermutigen, dass wir miteinander einfach die Zeit teilen können. Bewahre du auch, wenn wir wieder auseinanderfahren, Herr. Wir befehlen dich uns dir an, Herr, für dieses Pfingstwochenende und auch alles, was hier noch stattfinden wird, auch am Montag noch mit ganz vielen Geschwistern hier, die zusammenkommen. Wir preisen dich wirklich als deine Kinder, dass du deinen guten Geist gesandt hast, dass du Leben in uns hineingehaucht hast, dass du Leben durch dein Wort immer wieder bringst. Und danke, dass wir heute erinnert wurden, ganz klar nochmal, sehr deutlich, deine Liebe, die wir in die Tiefen unseres Seins hineinreichen, hineinwirken und uns zu neuen Menschen machen. Immer mehr, immer weiter dieser Prozess der Veränderung, das ja in unserem Leben ist, Herr. Segne du uns weiterhin, Herr. Amen. Einen schönen Abend euch. Einen schönen Abend euch.